Jaaaaahhhhhh Hahaha, voll abgestürzt Oh, oh, ha? Hallo? Ja, hier se- hier sehen sie den Greenscreen Hahaha Und dann steigen wir doch heute tatsächlich einfach mal ein mit unserem ersten Projekt im WTF Hahaha Oh, der fährt aber wie meine Oma Da waren wir ja hoch Blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl So klettere ich auch immer hoch. Deswegen mag mich keiner. Was machen wir denn jetzt? Gehen wir da runter oder gehen wir hier runter? Wir gehen hier runter. Voll YOLO. Rennen! Oh, da sind Ventil... Was macht denn der da? Kranführer hat warten. Oh, lieber hab ich aber Unterhosenflatsch gegeben. Ratsch, 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 ratsch. Ich hab mich eingesperrt. Du musst drunter leiden. Was? Wie geil. Hed my truck, du bist schuld. Schuld an allem. Schuld an meinem Versagen. Schuld an meiner Mutter. Oh, ich komm raus. Danke, danke truck durch den... Nein! Ich dachte grad schon, der hätte sich nützlich gemacht. Klingt aber sehr natürlich wie ein Ziege. Wir haben gedacht, wir optimieren das Let's Play qualitätsmäßig so, dass es nicht klingt, als hätte ich zum... Geil. Ich bin schneller als du. Die schneide ich nen Weg ab. Hey, komm jetzt, Haller. Ich jag meinem Schwanz hinterher. Own by Hillbilly. Was steht da noch? No penis-shaped food. Gib dir penis-shaped food. Total score easy. Schaffen wir die ganze... Ah. Springen wir vom... Vom Brett. Biggest combo hard. Oh, wie ich die Scheiße aus dem Spiel raus own. Aufstehen jetzt. Hallo? Ich glaube, sie ist tot. Nein. Ah, ja, cooles Ragdoll-Modus hab ich ganz vergessen. Bleh. Ha 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 ha. Also mir wäre tatsächlich auch kein Let's Player bekannt, der irgendwie wirklich nur Simulationsspiele macht. Bam! Damit hab ich meine Nische für mich... Wow. Wow! Fast out by Hillbilly! Und out by Hillbilly. Hahaha. Das ist eigentlich ein Dragon Simulator und kein Goat Simulator. Airtime Easy! Airtime Normal! Airtime Hard! Ah, ich hab das Spiel durchgespielt. Kein Airtime Hard. Was erwarten die eigentlich von Airtime Hard? See! Anhalten! Nein! Anhalten! Nein! Ne, 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 ne. Es hat sich ganz so angehört, als würde die Ziel... Aufstehen? Hallo? Auf Kuh? Ja, ich hab Kuh ausgemacht, der soll aufstehen jetzt. Ist tot eigentlich. So, hab ich gehört. Nein, ich hab da unten die Konsole aufgemacht. Blu, dieser Befehl ist uns nicht bekannt. Das wäre natürlich so schön gewesen, wahr zu sein, wenn man eine Katze nach draußen kriegt. Blu, 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 blu. Ich liebe Beton! Das ist Schoff! Mann, ich werd Sarraza und Gronkh überholen mit meiner Taktik. Weil die Spiele, das ist eine echte Nische. Der kann mit seinem Minecraft einpacken, das verspreche ich euch. Hier. Ja, vor allem dieses Klettern ist ja echt sehr realistisch gestaltet, so von der Ziege, muss ich schon sagen. Das ist erste Sahne. Absolut. Schau dir das an. Realistik pur. Das mit Lenken klappt irgendwie nicht so ganz. Ja, muss ich eher gedrückt. Nein, aber ich hab's. Ja, es geht mal Gas jetzt. Das nennt sich Jetpack? Das ist ein Witz, Alter. Wie pflege ich denn damit? Das sieht ja auch interessant aus. So, ich würde sagen, mit dem Kopf durch die Wand das erste... dem auch LP gestartet.